und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen kanal wir haben heute Nacht über der Zeit für kleines in die Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Dead World und so fangt das Spiel an. Das Spiel beginnt hier. Komischer Land kann ich laufen. Eine Taschenlampe kann ich springen? Also springen kann ich. Kann ich eigentlich auch rennen? Ein Tor. Es geht nach links. Hier ist verschlossen. Es geht geradeaus oder nach links? Ich gehe mal links. Ein Friedhof? So was wie ein Friedhof? Was? Was? Das geht hier ab, Leute. Was ist das für ein Spiel? Habt ihr gerade gesehen da hinten? Dass Thomas durch das Bild geruscht? What? What? Die Geräusche sind weg. Was ist das? Ah! 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 So, legt's wieder vom Arsch. Ja, geht's noch? Äh, 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 my heart. Boom, boom. Tot. Ende. What? Danke. Also ich muss mal sagen. Komm runter, alter Mann. Herzfrequenz geht wieder runter. Ein ziemlich, ziemlich netter Jumpscare. Danke. Der war gut, der war gut. Fand ich gut. Ich mag ja Jumpscares. Ich liebe das. Aber mit dem hat der wohl jetzt keiner gerechnet, oder? Oh, das Geräusch ist schon wieder da. Hat der jetzt das Spiel gefällt wahrscheinlich? Was hab ich so gespielt? Ich geh lieber dann, also... Können wir hier auch hoch? Äh. Nein, ich geh wieder, ich geh lieber wieder auf den Weg. Ich geh wieder auf den Weg zurück. Bleib auf dem Weg, alter Mann. Wir gehen hier grad aus. Jesus. Ah, ja, es war fett, ja, ja. Also... Ich rechne ja immer mit allem. Ah, das... Was ist das jetzt wieder für ein Sound? Was... Passiert jetzt? Da öffnet sich ein Tor. Hier öffnet sich ein Tor. Da öffnet sich ein Tor. Hier nicht. Da bleibt jetzt ja keine andere Wahl, wie hier reinzugehen, oder? Mhm. Was ist denn... Das abgefahren ist hier? Ja, genau. Ich lieb... Jesus Christ. Ich liebe solche Verstörungen mit Spielen. Ich liebe solche Verstörungen mit Spielen. Was? Du hörst... What? Was ist das für ein Knopf? Guckt euch das an, Leute. Ich hab grad auf meinen Laptop gespuckt. Was? Wieso kommt... Wieso kommt auch Blut raus? Kann ich hier was klicken? Was? Leute... Ich kann hier auch nichts tun. Es ist... Was geht ab hier! Ich möchte hier nicht sein! Nein, nein! Dead World! Ich geh mal hier lang. Ich geh mal außenrum. Ist außenrum auch noch was? Was ist das denn? Wie ist es wieder hier? Vielleicht kommen wir ja jetzt durch das andere Tor. Aber... Nichts wie weg hier. Aber was muss ich mit dem Kreuz machen? Kommt da nur Blut raus, oder was? Wieso kann ich springen? Hüpp, hüpp... Nein, nein. Ich geh mal weg. Okay. Tschüss. Ah! Leck weg! Ach! Aaaaah. Ah! Ah! Nice! I love it! Es ist... Hammer, oder? Ja, guck mal, da öffn... Ich mag nicht. Ich schätze mal, wenn wir jetzt hier wieder rausgehen, kommt ein Jumpscare. Ich möchte nicht zurück, ich hab Angst. Noch gemeiner wär's ja, wenn jetzt keiner kommt. Er kommt erst ein kleines bisschen später. Mom? What? Was? Was geht hier ab? Ich geh wieder raus. Ich hab's gewusst, es kommt keiner. Jetzt kommt er gleich, wenn wir nicht damit rechnen. Wir kommen jetzt hier rein. Und es scheint auch vielleicht eventuell das letzte zu sein. Ich mag bitte. Irgendwie hab ich so ein ganz blödes Gefühl, Leute. So ein ganz blödes. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Es sieht mir ja viel zu friedlich aus. Und diese Geräusche. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Geh ich hin? Kommt Jumpscare? Kommt wieder Blut raus? Eine Blutfonteine? Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich trau mich nicht. Ich braue mich nicht. Die Schokolade sind. Woah. cooles spiel obwohl es eigentlich nur darum ging den spieler zu erschrecken was diesem spiel auch ziemlich ziemlich gut gelungen ist muss ich sagen nice thank you for this great game i love it nice jumpscares leute cooler verstören der sound ist dieses ist der ding sound diese geräuschkulisse diese dieses audiovisuelle das was lieb ich ja und dann noch jumpscares also alles in einem ein kleines feines kurzes ich erschreck dich mal spiel cool ich hoffe er hat ein bisschen spaß dabei bei in that world wenn ihr euch erschrecken wollt obwohl jetzt wisst ihr ja wie und was und warum dann dürft ihr es jetzt gerne selber unterladen nehmt mal alles in der video beschreibung wenn ihr mal gesagt ich hab mich gut angestellt und ich hab mich toll erschreckt ich konnte euch gut unterhalten dürft ihr gerne einen daumen nach oben dann lassen wenn ihr wollt ansonsten würde ich mich natürlich freuen wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem rosting kanal ich bedanke mich bei euch viel fürs zusehen genießt das leben enjoy the life haupt spaß miteinander seid nett zueinander die nehmt schaubel und picket nigger uns euer rosting man sagt jo good bye das war dead world ciao Vielen Dank.